Fliesen und Platten. Die Fachzeitschrift. Ich lese Fliesen und Platten, seitdem ich selbstständig bin. Mir fällt ein für uns speziell das Thema Untergrundvorbereitungen. Wie hat man vorzugehen, welche Aufbaumittel, welche Aufbauprodukte kann man da idealerweise nehmen. Fliesen und Platten hilft dem Fliesenleger bei seinen konkreten Fragen und Anforderungen. Wir präsentieren die Lösungen mit derselben Gründlichkeit, die auch vom Fliesenprofi erwartet wird. Jedes Detail zählt, sowohl auf der Baustelle als auch hier in der Redaktion. Fliesen baut man für die Ewigkeit. Wenn man sorgfältig arbeitet, dann darf nichts kaputt gehen. Überhaupt gar nichts, sondern es ist einfach nur ein Nicht-Gefallen, was zu einem Austausch von einer Fliese führen kann. Und dafür stehe ich als Meister. Fliesen und Platten. Für Profis von Profis. Wir haben die Experten. Für Fliesen und Platten schreiben renommierte Fliesenleger, Bausachverständige, Professoren, Rechtsexperten, Designer und Korrespondenten. Viele von ihnen exklusiv. Ich lese schon mehrere Jahre Fliesen und Platten und muss eigentlich sagen, dass schon mir eigentlich ein Satz reicht, wo ich sage, boah, das ist aber toll, das ist interessant oder das weiß ich noch nicht. Es war ja mal ein Thema über die dünnen Fliesen, wo wir auch lange als Fliesenleger rotiert haben. Und da hat Fliesen und Platten wirklich nachgehakt, dass alle drei Monate konkret über dieses Thema geschrieben wurde. Und das ist dann eben auch wichtig, dass man da auf dem Laufenden bleibt. Fliesen und Platten hilft dem Fliesenprofi, viel Geld zu sparen. Zum Beispiel, indem wir zeigen, wie man teure Fehler vermeidet. Dazu gibt es Rechtstipps. Und alles für weniger als 17 Euro im Monat. Für meisterhafte Fliesenleger Für meisterhafte Fliesenleger Für meisterhafte Fliesenleger Alles drin Alles drin Fliesen und Platten. Im Abo. Ein Muss für jeden Fliesenleger. Übrigens, Fliesen und Platten ist ausgezeichnet. Und zwar von der Deutschen Fachpresse als Fachmedium des Jahres. Nehmen Sie jetzt an unserem Gewinnspiel teil. Jeden Monat attraktive Preise. Klicken Sie jetzt rein und gewinnen Sie unter www.fliesenundplatten.de Und noch mehr Vorteile. Als Fliesen- und Platten-Abonnent haben Sie 25% Rabatt auf CARO, der Zeitschrift für den Fliesenhandel. Und Sie sparen 80 Euro beim Fliesen- und Plattenforum, dem Profitreff der Branche. Und Sie verletzza fliegen Sie dir davon zitiert. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017